Und weiter geht's. Willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Ich habe genau eine Millisekunde gebraucht, um wieder auf Rekord zu drücken. Also weiter geht's. Der ist einfach nur episch. Ganz im Gegensatz zu mir. Ich mache da jetzt einfach mal und da und dann bin ich da oben. Ja, und dann gehen wir weiter. Wow, das war's schon. Episch. Episch. Pumpstation Gamma. Gamma? Hä, wir hatten doch erst Alpha und Beta, oder? Ach, scheiß doch drauf. What? Okay. So. Da noch was? Nee. Gut. Weißt du? Ja, ganz toll. Hältst du es eine Weile ohne mich aus? Ich muss nachdenken. Dann denk doch einfach und sterb. Stirb. Stirb. Ähm. Epische drei Hebel. Eins, zwei, drei. Äh, say what? Say what? Say what? Was zum Geier? Ähm. Ja. Das ist episch. Meine Damen und Herren. Das ist episch. Das ist einfach. Ach du Scheiße. Äh. Was ist dieses weiße Zeug? Ähm. Ich weiß es nicht. Äh. Episch, episch, episch. Ähm. Much, 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 much. This is very episch. Not. Ah. Ah. Okay. Oder? Ja. Überall, wo dieses Gel ist, kann ich Portale setzen. Und es ist verdammt laut. Ähm. Jetzt muss ich halt so ein bisschen runter, ne? Also, ihr, ihr wisst's ja. Ähm. Überall. Jetzt ist zu leise. What the fuck? Mach mal halt. So, so. Ja, so geht es. So. Ähm. Überall. Jetzt ist zu laut. So. Überall, wo diese Portale sind. Äh. Quatsch. Überall, wo diese Flüssigkeit ist, kann ich Portale setzen. Äh. Wo ich normalerweise eigentlich keine setzen könnte. Episch, oder? Ja, episch. Äh. Very episch. Kommt da noch mal was, oder? Ähm. Ja, ähm. Da müsste auch so Dreck hin. Ahem. Ahem. Äh. Ahem. Ahem. Ich muss noch mal runter. An dem Rädel hier drehen. Geht aber irgendwie nicht. Okay. Ah, okay. Äh. Dumm. Nein. Epic Fail. An Epic Fail. Geil. Äh. Wo ist... Oha. Fuck. So, jetzt aber. Oh je. Rot. Also mit Speed. Geil. Was ist das? My boss is a robot. Wieso bringt der Boss, der Sekretärin, was zu trinken? Aber Roboter sind netter als du, arbeiten härter und sind besser. Ja, fick dich. Äh. Entschuldigung, ich meine... Äh. Ver... Ver... Verpiss dich, meinte ich. Gut für ihn. Also weiterdenken. Ja, denk noch ne Runde. Stupid Glados kann denken. Ähm. Dann machen wir mal so. Ich würde gerne sehen, wo... Ich lande. Ähm. Hm. Oh, nee. Nö, nö, wenn... Ich muss da irgendwo runter. Da bin ich hergekommen. Äh, denke ich. Und ich muss da hin. Ja, das könnte hinkommen. Vogel, Vogel, tötet das Mistvieh. Okay, ich gehe nochmal da hin. Ähm. Ähm. Ich würde... Oh, nee. Geht ja gar nicht. Ach, scheiße. Das ist jetzt, ähm... A little bit unfair. Machen wir mal so. Ähm. Also, ich muss mit Schwung... ...dah hin. Aber woher kriege ich den Schwung? Boah, was soll denn das für eine scheiß Kammer sein? Säure kriege ich ja auch nicht hier, also... Hm. Was heißt Säure, also... Äh, ich meine hier... Ah, komm, geh doch hoch. Junge. Oh, je, 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 je. Scheiße. Obwohl, wir spielen ja ein Mädchen oder eine Frau, besser gesagt. Also, Junge. Ah, ist so ein Ausdruck, ne? Ihr kennt's. Oh, fuck. Ach, so. Ja, ist klar. Naja, wenigstens haben sie hier den Checkpoint gesetzt. Boah. Ein Vogel, tötet das Misty. Weg ist er. Gut für ihn, also weiterdenken. Lass doch einfach den Vogel in Ruhe. Boah, sind das miese Säue, dass die so ein Rätsel hier reinhauen. Ei, okay, es war nicht so schwer. Willkommen im Enrichment Center. Raucherhusten. Seit die Teilnahme am Test, weil ein Mitarbeiter zur Pflicht wurde, hat sich die Qualität der Testobjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Daher werden wir in Zukunft vermenschliche Testobjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus. Die Pfennigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es sieben Dollar kosten würde, geschweige denn siebzig Millionen. Haben's trotzdem gekauft. Haben's gemahlen und zu Gel vermischt. Und weißt du was? Gemahlene Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Denken wir positiv und forschen weiter. Okay. Ich wäre dir dankbar, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Carolyn, bring mir noch ein paar Schmerztabletten. Der soll endlich mal seine verdammte Fresse halten, ey. Oh Gott. Ah, das bin ja ich. Hallo. Was hat der Knopfdruck gebracht? Ein Stuhl ist umgefallen. Wow. Episch. Die lassen sich auch nicht verschieben oder so. Also alles sehr linear. Naja. Was soll das? Ich hab den Knopf gedrückt und irgendwas wird schon passiert sein. Ja. Irgendwas. Irgendwas. It's dark. Und es wird hell. Ich wusste es. Es war nämlich keine solche komische Schicht da, damit die Portale sich wieder resetten. Ich wusste, dass noch kein Laden kommt. Ich bin episch. Nicht. Genau. Das ist das Glibberzeug, weil nur wo dieses Zeug ist, kann ich Portale setzen. Also machen wir mal dort eins und äh, 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 dort eins und äh, dort eins und dann spritzt es und ist schön und lustig. Lustig. Hahaha. Oh. Ich verstehe nicht, was der Sinn der Sache ist. Also, ich kann mich hier jetzt durchmogeln wie so ein Idiot, aber es bringt mir, glaube ich, nicht wirklich was. Es ist ziemlich laut immer noch. Wo muss ich hin? Aha. Da muss der Glibber hin. Haha. Nein. Da. Und jetzt da. 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 So, und dann kann er weg. Jetzt muss ich irgendwo runterspringen. In den Glibber. Weil das hier reicht, glaube ich, nicht. Nein. Das war mir irgendwie sehr klar. Ach, sieh mal einer an. Hem. Hem, hem, hem. Hem, 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 hem. Ach, da ist es, Exit. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ähm. Ja, aber irgendwas ist mit dem Glibber. Oh, ich muss irgendwo runter. Wie schon gesagt, ich muss irgendwo runter. Wenn ich es noch nicht gesagt habe, ich muss irgendwo runterspringen. Aber ich weiß nicht wo. Ich denke mal, da oben, äh, geht's lang. Aber da ist kein Glibberzeug und ich sehe keinen Weg, dort irgendwo Glibberzeug hinzukriegen. Episch. Ne, keine Chance. Ähm. Na, let's probier etwas. Ja, da muss noch Glibberzeug hin. Glibberzeug. Ja, verteil dich, Glibber. Äh, nein. Eigentlich wollte ich das so haben. Ja, ich kann nicht singen und auch nicht mitdiddeln. Aber ist ja shit. Ey, y'all. Ich schaffe das. Ich. Oh, Mann. Oh, und dann ist da kein Glibber. Du scheiß Arsch. Kopf, Nuss, Drecksack. Oh. Ich will mich jetzt einfach mal glitschen, weil ich nicht, oh, dann halt nicht. Mein Gott. Ja, aber da komme ich nicht hin. Das ist jetzt echt ein Scheiß. Walbe, das ist scheiße. Oh, falsches Portal. Dumm. Oh, Mann. Oh, du. You are an epic game. Och, Mann. Hey, jetzt reicht's mir. Ich hab echt keinen Bock mehr. Ich war so motiviert. Ich war so motiviert. Und wollte das ganze Spiel heute durchreapen. Agro. Aber irgendwie will es nicht. Oh, du blöder Glibber. Hör auf. Ich weiß nicht. Wenn da wenigstens irgendwo was wär. Wisst ihr? Ich mein so was wie. Was wird das? Wenn da wenigstens irgendwo ein Pfeil wär oder so, wo ich hin muss. Wahrscheinlich hab ich ihn übermalt irgendwo. Ja, ganz toll. Komm. Oh, ich hab keine Lust mehr. Ich weiß ja nicht, wo ich lang muss. Oh, okay. Vielleicht geht's ja so. Na. Na, komm. Ah, Mann. Es fehlt nicht viel. Ja, fast. Es muss noch ein bisschen darüber. Und das muss ein bisschen, äh. Epic. Epic. Ah, ne. Das ist ja voll. Ich müsste es andersrum machen. Also so. Aber das hab ich doch schon. Ah, fah. Ach, jetzt. Oh, das wird ein bisschen, äh, knifelig. Jetzt muss ich nämlich. Zack. Oh, Mann. Lauf doch. Du, du. Was für Vieh, ey. Oh. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Fick. Oh, Mann. Nein, das war Fall. Fall war das. Ich muss so. Ach so. Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich hab' nachgedacht. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus. Schmeiß die Zitronen zurück. Ja. Hör dich. Ja. Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Ja, nimm die Zitronen. Verlang nach dem Geschäftsführer. Das Leben soll es bereuen, Cave Johnsons Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wenn Sie Vorsicht haben? Ich jage Ihnen das Haus in die Luft. Mit den Zitronen. Meine Techniker sollen Zitronen-Gramaten erfinden. Und damit jage ich Ihr Haus in die Luft. Hör dich. Hör dich. Hör dich. Menschen verbrennen. Ihr spricht aus, was alle denken. Die Frage ist, wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Brain mapping. Künstliche Intelligenz. Darum hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir was. Und ich sprech's auf Band, damit sich's jeder Hunde am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in einen Computer einspeisen kann, soll Carolin den Laden hier schmeißen. Sie wird sich zwar sträuben und sagen, sie kann es nicht bescheiden, wie sie ist, aber dann zwingt ihr sie eben. Meiner Wegen steckt sie in meinen Computer. Okay, das ist vorbei. Man, was zum Teufel geht hier... Oh, eigentlich ab! Okay. Neue Idee. Oh, fast! Ich, ich kapier's nicht, Leute. Och, Mann, oh! Die Kammer ist behindert im Hirn. Die ist behindert im Hirn. Was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Wer hat diese Kammer erfunden? Mann! Ey! Wahrscheinlich ist es ganz einfach. So, wirklich ganz einfach. Irgendwie muss ich den ganzen Splatter-Scheiß da hochkriegen. Denk ich. Aber wie? Oh, hey, Jones wird mich hassen. Er wird mich auslachen und hassen. Dass ich so einen Schrott hier nicht schaff. Also mal ehrlich, ey. Das ist doch... Das ist scheiße. Gib mir doch mal einen Tipp. Irgendeinen Tipp. Oh, Mann! Ja, nur rumspringen bringt auch nix. Aber ich hab ja schon alles probiert. Es geht nichts. Oh, das ist toll. Hey, echt wahr. Valve, so ein Scheißrätsel. Wahrscheinlich so ganz einfach. Irgendwo was Logisches. So, was passiert, wenn ich so mach? Oh, ich werd weiß. Toll. Langsam geht's mir echt auf den Sack. Das haben die mit Absicht so schwer gemacht. Dass ich's nicht schaff. Das ist der ihre Absicht. Und dann läuft er nicht, ey. Ich werd irre. Oh, Mann! Oh, du fucking Game! Ja, er wird immer langsamer. Wisst ihr was, Leute? Ich mach hier einen Stopp, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Ich verliere das Let's Race sowieso. Also, ich muss jetzt gucken. Ich muss jetzt beim lieben Jones gucken, ey. Ich hab keinen Nerv. Ich kapier es nicht. Oh, Mann! Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute! Ciao, Leute! Amen.